Ja, herzlich willkommen hier mal wieder bei mir beim Bullmark TV. Heute schauen wir uns wieder ein Unternehmen genauer an, nämlich Caring und schauen dabei, ob Caring mehr als nur Gucci ist, denn wir reden hier tatsächlich über ein Luxusinvestment, denn Caring ist ein direkter Wettbewerber auch zu LVMH und entsprechend natürlich auch bei sehr vielen Luxusmarken vertreten, welches das Unternehmen dann vertreibt, welche es genauer sind, schauen wir uns dann gleich noch an, wenn wir auf das Geschäftsmodell gucken. Wir reden hier über die Wertpapierkennnummer 851223 und bevor wir starten, hier noch der Disclaimer, denn alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlage, Beratung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, die in allein der Bildung und der privaten Unterhaltung eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Trotzdem sollten die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Und mit diesem Disclaimer können wir dann auch direkt starten, nämlich mit dem ersten Punkt, wie gewohnt einmal die Historie bis heute. Und da wollen wir uns einfach mal angucken, wie Caring denn den Aufstieg zum Luxusimperium geschafft hat und schauen uns da zunächst mal die Historie an. Bei der Historie ist es so, dass das Ganze 1963 begonnen hatte mit François Pinot, gründete damals ein Unternehmen und war aber nicht in der Branche Luxus tätig, nämlich in der Branche Holz und Baustoff. Hatte da dann auch die Pinot-Gruppe gegründet und ging auch dann mit der Pinot-Gruppe 1988 an die Börse in Paris und dann folgten in den nächsten Jahren eben weitere Übernahmen eben aus dieser Branche, wo Pinot auch sein Unternehmen gegründet hatte, nämlich zum einen Möbelunternehmen, dann auch die Conforama 1991, Einzelhandelskonzern Printon, dem Versandhändler Le Redoux und den Handelskonzern Fignac. Das Ganze war dann bis 1994 gegangen mit der letzten Übernahme und dann hatte man auch mit der Übernahme von Printon 1994 sein Unternehmen dann auch umbenannt in die Pinot-Printon-Redoux-Gruppe, nämlich die PPR. Ziel war dann aber, danach ja weg von der Holz- und Baubranche zu kommen und eher hin zum Einzelhandel. Das sieht man ja hier auch, es war ein Einzelhändler, Versandhändler, wo Pinot aufgekauft hatte und das war das neue deklarierte Ziel. Dann ging es weiter mit 1999. Man ist hier beim Handel geblieben und hatte sich gedacht, man kauft sich eine Marke direkt, nämlich die Luxusmarke aus dem Modebereich Gucci. Ja, allerdings war hier eben die PPR, also Pinot-Gruppe, nicht der Einzige Interessent, nämlich da gab es noch einen anderen namhaften Franzosen, ein Bernhard Arnault vom Unternehmen LVMH. Kennen bestimmt auch die meisten von euch, wenn ihr euch jetzt hier dieses Video anschaut. Und ja, da gab es halt damals dann 1999 eine Übernahmenschlacht. PPR, beziehungsweise Caring, erwarb dann 42%, LVMH erwarb damals 34%, das heißt, dann war es, ja, Gucci praktisch aufgeteilt auf diese zwei Unternehmen und nach zwei Jahren war dann die Übernahmenschlacht vorbei. PPR, also sprich später dann Caring, kaufte die Anteile von LVMH auf und hielt dann am Ende 53% an der Gucci Group und später dann natürlich auch 100% im Laufe der nächsten Jahre. Wie war das Ganze passiert? Eben, Caring hatte strategisch gut gehandelt, dann hatte die Anteile von LVMH dann auch verwässert, sodass sie am Ende noch 20% hatten. Es gab diverse Gerichtsverhandlungen, ja, und am Ende war halt einfach, ja, die PPR Group oder Caring, wie sie später hießen, dann, ja, als Sieger auch hervorgekommen. Und wir werden auch später sehen, wie wichtig denn Gucci für Caring ist. Dann ja, in Folgejahren, ja, vor allem, wie viele weitere Übernahmen von Luxusmarken angestanden, 1999 eben auch zeitgleich Yves Saint Laurent, auch eine sehr wichtige Marke für den Konzern. Dann Boucheron 1999, dann Bottega Veneta eben 2001, Balenciaga 2001, Alexander McQueen 2001, Brioni 2012, Chilin 2013, Pomelato 2013 und ebenso auch Dodo im Jahr 2013. Das sind jetzt alles die Marken aufgelistet, welche auch noch aktuell zum Konzern gehören. Alle anderen, welche in der Zwischenzeit immer gekauft worden sind und dann wieder verkauft worden sind, habe ich hier mal rausgelassen, denn da spricht man auch teilweise über eine Beteiligung bei Puma, bei Volcom, also dieser Skater-Marke und noch diversen anderen Marken, welche dann aber zum Beispiel auch wieder verkauft worden sind. Ja, ab 2005 war dann auch François-Henri Pinot der neue CEO eben der Sohn und er hat sich dann voll dem Luxus verschrieben, hat gesagt, kein Einzelhandel mehr, sondern wir trimmen Caring komplett auf Luxus und hat dann praktisch alle anderen Geschäftsbereiche, also die Handelsketten und so, wieder verkauft. Ich habe aber auch im Zuge der Analyse gesehen, die Familie Holding hat dann zum Beispiel noch eine Beteiligung an FNJAK, was ja hier vorhin auch bei der vorherigen Seite war, auch eine Handelskette. Eben, 2013 änderte das Unternehmen den Namen zu Caring, war dann also nicht mehr PPR, sondern Caring und 2015 hatte man einen weiteren Geschäftsbereich praktisch im Konzern integriert, nämlich Caring Eyewear. Da geht es ums Brillengeschäft, schauen wir uns später aber auch noch im Detail an, was da alles dazugehört. Gehen wir kurz auf die heutige Situation ein. Caring hat eine Market Cap von 70,5 Milliarden Euro bei einem Kurs von ungefähr 563 Euro. hat in Summe 42.800 Mitarbeiter und erzielte im Finanzjahr 2021 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro. Die Aktionärstruktur ist mit 41,7% die Artemis Group, 53,5% Institutionen und 4,2% private Investoren. Artemis Group habe ich hier auch hervorgehoben, ist nämlich praktisch die Familienholding, wo die Familie Pinot ihr ganzes Vermögen und Beteiligung etc. aufsammelt und verwaltet, ist praktisch die Familiengruppe und damit natürlich auch als Großaktionär bei Caring, natürlich enorm wichtig für die Familie Pinot, wie es dem Unternehmen Caring gehört, ist auch das größte Asset in der Artemis Group und dann gibt es aber noch weitere Assets wie beispielsweise Handelsketten, Fußballvereine, Museen und noch weiteres, Auktionshäuser beispielsweise, Weingüter, aber Caring hier auf jeden Fall als größtes Asset mit 41,7% im Anteil. Der CEO ist 2013 bis bis heute eben François-Henri Pinot und es war der Sohn von François-Pinot. Im Geschäftsmodell der nächste große Punkt hier wollen wir uns mal gucken, Luxus als krisensichere Anlage. Ich habe auch ein Zitat mal mitgebracht, Multi-Brand Model built on a Long-Term Approach and creative autonomy of our houses. Zunächst Caring, mehrere Marken wollen diese Marken langfristig ausrichten auf Erfolg, wollen jeder Marke eben ja eine kreative Autonomie geben, sprich jede Marke kann für sich selbst dann auch schauen, was für sie am besten ist und die am Ende alle unter dem Hause Caring zusammenführen und dann ja möglichst auch noch Verbund Effekte über die einzelnen Marke, zum Beispiel Kommunikation etc., Marketing eben vielleicht dann auch gemeinsam nutzen. Ihr werdet hier auch eben das ein oder andere Mal jetzt das Wort Haus sehen, also Häuser. Der eine oder andere kennt es vielleicht aus dem Kino, House of Gucci. Hier ist es so in der Modebranche oder in der Luxus-Modebranche dass so Marken oftmals auch als Häuser dann deklariert werden. Deswegen hier Houses sind im Endeffekt die Marken. Wie verdient denn überhaupt Caring Geld? Hier haben wir kurz die Strategie nochmal aufgelistet. Zunächst natürlich ein Zugkauf und Aufbau starker Marken der sogenannten Houses im reinen Luxus-Segment. Es hier in verschiedenen Tätigkeitsfeldern vom Luxus-Segment vertreten. Man hat eine globale Marktpräsenz auf der ganzen Welt und diversifiziert praktisch im Segment Luxus über mehrere Marken und drei Geschäftsbereiche. Die drei Geschäftsbereiche sind im Endeffekt Couture und Lettergoods also Lederwaren und Schneiderwaren Juvlery das heißt Schmuck und Eyewear eben alles rund um Brillen. Man hat hier einen Omnichannel-Ansatz für den Vertrieb sowie die Kommunikation zum Kunden. Omnichannel heißt, man hat mehrere Verkaufskanäle. Der wichtigste Verkaufskanal ist der direkte Vertrieb über die eigenen Stores. Heißt praktisch ein Gucci-Store, wo man einkaufen gehen kann. Ein Saint-Laurent Store beispielsweise. Dann gibt es aber auch noch den Großhandel, wo man an Handelskentner auch seine Waren abgibt, diese dann auch vertreten und dann hat man auch noch den E-Commerce, welcher allerdings noch nicht so viel Umsatz ausmacht in der Gruppe, wo man dann auch online seine Produkte verkaufen kann. Das gilt zum einen für den Vertrieb, aber auch für die Kommunikation zum Kunden. Das heißt, auch hier ist man analog wie auch digital unterwegs. Dann hier zur Strategy. Ich habe hier mal so ein paar Keywords mal gehighlighted aus dem Finanzreport 2021, nämlich hier konnte man 2021 auch seine Entscheidungen der vorherigen Jahre mal validieren, was die Entscheidungen gebracht haben. Er hat hier festgestellt, dass man sehr viele Wettbewerbsvorteile dadurch eben auch generieren konnte. Er ist der Meinung, dass die Carrying Group aktuell ideal platziert ist, um von den großen Wachstumstrends der nächsten Jahre auch zu profitieren. Diese Wachstumstrends sind wie folgt auch in der Strategie verankert, nämlich man geht immer mehr davon aus, dass der Wandel ist zu einem exklusiven Modell der Kundenschaft. Also der Kunde hätte gern exklusive Waren, Man geht davon aus, dass die Digitalisierung in der Luxusbranche immer mehr zunehmen wird. Man geht davon aus, dass auch die Erwartungen der Kunden immer mehr ansteigen, welche auch für Kreativität einen Anspruch haben, aber auch für die persönliche Erfahrung im Kaufprozess, in der Kundenberatung die Emotionen dann auch zur Marke aufbauen werden. die Emergence of a New Generation of Consumers geht davon aus, dass auch viele neue Konsumenten den Markt beitreten, eben viele neue Reiche beispielsweise, viele aufstrebende Nationen, wo der Luxus dann auch ermöglicht wird und wissen natürlich, dass dadurch auch wieder neue soziale und auch nachhaltige und Umweltaspekte immer wichtiger werden und man geht davon aus, dass auch von den traditionellen Kunden ja auch immer mehr die Nachfrage weiterhin anstrengen wird nach mehr teuren Produkten. Und hier habe ich noch ein weiteres aus dem Finanzreport. Einmal nochmal die Vision des Unternehmens ist nämlich Embracing Creativity for a vision of luxury that combines heritage with boldness. Also man möchte hier einfach ja Luxus Vision der Kunden Kreativität einfach ja dem Kunden nahebringen und versucht das Ganze wie gesagt mit einem Multi-Brand Model eben was ja auf Long-Term Approach ist und die Kreativität der einzelnen Marken beziehungsweise Houses eben fördert. Hier hat man ja drei Punkte einmal Agility Balance und Responsibility Agility heißt Agilität im Endeffekt und spricht dafür ja für drei Punkte laut Caring einmal Constancy heißt ja man ist konstant heißt auch man hat einen starken und stabilen Hauptaktionär nämlich Caring hat ja Hauptaktionär nämlich eben die Gruppe von Pinot und Transformation gehört noch zur Agilität dazu was ja im Endeffekt auch gezeigt worden ist dass dadurch das Unternehmen sich seit 2000 ja komplett im Luxus verschrieben hat und alle anderen Aktivitäten auch ja abverkauft hat und somit ja auch eine Transformation dann entsprechend ja gut geschafft hat dann haben wir noch den zweiten Balance gehabt Balance eben ist nochmal ja der Ansatz für dieses Multi-Brand Model so dass man ja eine gewisse Balance hat und nicht nur von einer Marke oder so abhängig ist und hier hat man ja eben diverse Häuser laut Caring wo alle erfolgreich sind wo wachsen und wo ja führende Player in der Luxusbranche in ihrem eigenen Gebiet halt eben sind und mit diesem Multi-Brand Model möchte man halt ja auch diversifizieren und entsprechend eben und entsprechend ja das Risiko auch fürs Unternehmen senken genau die Strategie ist dann im Endeffekt ja das komplette Potenzial der Luxusbranche ja auszuschöpfen und stärker als der Markt zu wachsen der Luxusmarkt ist ein weiterhin sehr stark wachsender eben Markt über die letzten Jahre gewesen habe ich da nochmal auch eine Grafik mit dabei und die Value Chain ist dann halt auch man möchte ja Vorteile einfach bringen gegenüber dem Kunden eben sei es Kreativität Weiterentwicklung in der Produktion im Marketing genau und dann ja Financial Priorities ist man möchte organisches Wachstum natürlich haben über die Marken hinweg man will immer solide profitabel sein man möchte starken Cashflow generieren und möchte dann auch sein Kapital entsprechend allokieren das heißt Allocation praktisch ist möglichst gut nutzen und ausgeben dann schauen wir uns jetzt mal den Markt nochmal im Detail an der Luxusbereich umfasst nämlich lauter Definition eben jetzt die folgenden Segmente über die wir sprechen sind einmal Lederwaren Perfüm und Kosmetik Kleidung Uhren Juwelen und Schmuck sonstiges wie Brillen und Accessoires wir haben jetzt hier nicht dabei Autos auch nicht dabei Hotels oder Immobilien sondern hier geht es eigentlich rein um die Sachen was eine Person tragen kann ist auch seit Dekan ein wachsender Markt hier einmal die Grafik dafür 1996 praktisch hatten die Luxusgüter die ich gerade aufgezählt hatte Umsatz von 76 Milliarden Euro und jetzt im Finanzjahr 21 hatte man 283 Milliarden Euro für den Markt der Luxusindustrie das heißt man kann ja im Endeffekt mit dem Markt allein organisch mitwachsen es hat hier eine Steigerungsrate von 5,4% gehabt über diese Jahre in den letzten 5 Jahren nur 3,01% und Caring möchte eben auch stärker als der Markt wachsen sprich möchte also organisch natürlich stärker wachsen das heißt Marktanteile gewinnen aber vielleicht auch anorganisch sprich auch neue Unternehmen dazu kaufen ja Markenimage und Brand Awareness ist enorm wichtig im Luxusmarkt die Assoziierung der Kunden mit der Marke und dem Thema Luxus steht hier im Vordergrund beispielsweise Gucci Louis Vuitton Prada Nuclea Burberry sind alles große Luxusmarken weltweit und wenn ein Kunde das kauft dann möchte er auch Luxus kaufen explizit Luxus kaufen das heißt er muss auch schon im Kopf verankert haben Gucci ist gleich Luxus und so soll auch der ganze Kaufprozess dann eben auch aufgebaut sein der Luxusmarkt ist nicht für die Nike vergleichbar Adidas vergleichbar oder übrige Lagerstand dann einfach per Sale verkauft wird sondern hier ist man explizit darauf aus das Angebot nicht zu groß zu haben so dass man nicht den Markt überschwemmt und würde dann lieber auch Waren vernichten bevor man sie günstiger verkauft wenn man sie günstiger verkauft dann ist sie für den Konsumenten am Ende nicht mehr so viel wert und die Leute sind nicht mehr bereit so viel Geld dafür auszugeben weil es kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist ganz wichtig der Luxusmarkt hat gute Wachstumsaussichten beispielsweise durch die Schwellenländer und dem Wachstum des Vermögens dort den Zugang der Marken zu neuen Kulturen etc und jetzt habe ich hier nochmal ja auch Grafen dabei einmal den Umsatz in die Produktkategorie das heißt die wichtigsten Produktkategorien im Bereich Luxus sind eben Lederwaren gefolgt von Kleidung Kultür also Parfüm und Kosmetik auch mit 21% und dann machen wir mit 14% Uhren weiter und dann um die 8% Schuhe Juwelen und sonstiges die regionale Vertretung ist so dass Europa 25% des Luxusmarktes ausmacht Amerika 31% Asien in Summe 39% darauf fallen 21% auf China 7% auf Japan und 11% auf den Rest von Asien und dann den Rest der Welt beispielsweise Afrika etc dann nochmal 4% wie ist jetzt der Umsatz von Pairing aufgegliedert mal zum Vergleich Europa hier 22% hier 25% das heißt hier ist weniger vertreten Nordamerika 27% Asien Pazifik 39% Japan 6% heißt hier Asien inklusive Japan ist man eben bei 45% und hier war man komplett Asien 39% sprich man hat hier ein bisschen größeres Asien Exposure auch kann gut sein als Wachstumstreiber kann aber auch je nachdem mit China ein Risiko auch darstellen genau dann gehen wir mal weiter zunächst mal schauen wir uns an welche Häuser gibt es welche Marken gibt es es gibt Gucci Saint Laurent Bottega Veneta Alexander McQueen Balenciaga Brioni Boucheron Pommelato Dodo Keline und dann Caring Eyewear und jetzt hier stehen auch noch Girard Perrigo und Ulysse Nadine drauf sind beides Uhrenhersteller wurden aber jetzt 2021 verkauft sprich sind nicht mehr Teil der Caring Group und daher auch im weiteren nicht mehr aufgeführt der Umsatz je Marke habe ich mal so bei den letzten Jahren gemacht Gucci hier in Blau sieht man ja auch schon mit Abstand die stärkste Marke was den Umsatz antrifft dann St. Laurent in Rot die nächste starke eigene Marke dann haben wir noch Bottega Veneta die dritte starke eigene Marke und dann in Lila alle anderen Häuser zum jeweiligen Jahr ich habe ja auch mal die Wachstumsraten Gucci Wax mit 13% Bottega Veneta mit 5% das sehen Laurent mit 20% alle anderen Häuser mit 12% und hier sieht man einmal auch in dem gelb Puma die Beteiligung an Puma war dann aber auch irgendwann verkauft worden seit 2019 gar keine Beteiligung mehr dort und ja auch alle anderen Sport und Lifestyle Brands wie beispielsweise wie vorhin mal erwähnt Wolk eben auch verkauft sprich ja spielt auch keine Rolle mehr und jetzt gehen wir aber mal in die drei Geschäftsbereiche rein fangen mit Couture und Lederwaren an hier sind die sechs Marken vertreten laut der Homepage Gucci Saint Laurent Bottega Veneta Alexander McQueen Balenciaga und Brioni Gucci macht 9,73 Milliarden Umsatz aus im Konzern entspricht 55% des Gesamtumsatzes also schon ein gewisses Klumpenrisiko man ist hier vertreten ca. 50% Asien Pazifik und 50% westliche Welt man hat 501 eigene Stores und 91% der Umsätze finden auch in diesen eigenen Stores statt ist also enorm wichtig eben hier vertreten zu sein für Gucci dann Saint Laurent ist die zweitgrößte Marke des Konzerns mit 2,52 Milliarden Euro Umsatz sind 14% eben des Konzern Umsatzes man macht hier 33% in Asien und Pazifik und 61% in der westlichen Welt hat 268 eigene Stores und macht in diesen eigenen Stores 74% der Umsätze dann haben wir noch Bottega Veneta mit 1,5 Milliarden Euro Jahres Umsatz das entspricht 9% und ist hier auch 49% bei Asien Pazifik vertreten und 42% in der westlichen Welt und hat hier die 263 eigene Stores und macht 75% der Umsätze eben in diesen eigenen Stores dann haben wir noch Alexander McQueen hier hat man 102 eigene Stores Balenciaga 223 eigene Stores und Brioni 33 eigene Stores hier habe ich keine Umsatz Zahlen zu den eigenen Marken herausfinden können weil das dann nur als Other Houses deklariert wird aber nicht tiefer detailliert wie es die drei Marken die man oben sieht Gucci Saint Laurent und Bottega Veneta machen 78% des Konzernumsatzes aus und lediglich 22% entfallen auf alle anderen Marken aus dem Bereich Couture und Lederwaren aus dem Bereich Schmuck und auf Caring Eyewear hier habe ich auch nochmal spaßeshalber mal auf den Seiten im E-Commerce geguckt bei Gucci Saint Laurent und Co einfach mal gekauft was kann ich denn da so maximal ausgeben Gucci kann auch eine Handtasche bis zu 25.000 kosten ein Gürtel bis zu 930 Kleider 6.3 Mantel 9.8 ein T-Shirt 980 ein Dessous Set 750 bei Saint Laurent eigentlich ähnliche Kleider 3.190 eine Umhängetasche 2.400 ein Mantel 8.500 bei Bottega Veneta auch eine Umhängetasche 2.200 ein Kleid 3.300 Prioni welche Anzüge machen beispielsweise für Männer kostet einen Anzug auch um die 3.500 bei Balenciaga finde ich es eine Marke die man ja immer mehr jetzt auch sieht vor allem bei jüngeren Leuten haben wir auch Kooperationen mit Fortnite etc da gibt es ja wirklich auch so ganz klassische T-Shirts die ein bisschen oversized sind vielleicht und einfach nur auf der Brust Balenciaga dann drauf steht und ich habe mal geguckt was so ein T-Shirt kostet 495 Euro nur damit da ein Logo auf der Brust ist und dann haben wir noch Alexander McQueen machen beispielsweise Kleider für 4.000 Euro hier habe ich mal ein Ranking von der Internetseite Lust also L-Y-S-T herausgezogen die die sogenannten Hottest Brands eben jedes Quartal auswerten also was die angesagte Brand und hier ist eben ja Caring ein paar Mal vertreten nämlich auf Platz 1 und 2 Gucci und Balenciaga dann aber auch noch eben beispielsweise auf Platz 16 mit Saint Laurent und auf 17 mit Bottega Veneta heißt ja hier hat man schon gewisse Marken sehr gut etabliert und ist bei den Hottest Brands im jeweiligen Quartal sehr weit vorne dann schauen wir uns mal das nächste an Jewelry das heißt Schmuck hier werden die folgenden Marken laut Caring eingeordnet einmal Dodo aus Italien mit 22 eigenen Stores Kellin aus China mit 38 eigenen Stores die sich auch alle in China eben befinden Boucherot aus Frankreich mit 49 eigenen Stores und Pomelato aus Italien auch mit 58 eigenen Stores ja und beispielsweise ist hier auch ja die Strategie oder die Expansionsstrategie bei Boucherot stand es dabei eben ein High Quality Retail Network zu haben das heißt man möchte es nicht überall vertreiben sondern wirklich nur da wo Leute hingehen die teuren Schmuck kaufen möchten also nicht in der nächsten Schmuck Boutique hier in der Stadt sondern wirklich nur da wo auch der Schmuck entsprechen was kosten darf dann haben wir noch die Caring Eyewear wie gesagt hier geht es eben um Brillen Caring Eyewear wurde 2014 gegründet unter diesem Namen werden 15 Marken vertrieben denn hier werden nicht nur die eigenen Marken von Caring vertrieben sondern man hat hier auch Kooperationen beispielsweise mit Richemont eben zu dem dann auch Cartier Chloé oder Dunhill gehört hat auch hier explizit im Brillengeschäft auch einen Marken zugekauft wie jetzt 2021 beispielsweise den dänischen Brillenhersteller Lindbergh der zu 100% integriert wurde und dadurch entstehen praktisch die folgenden Marken bei Caring Eyewear Lindbergh Gucci Cartier Saint Laurent Bottega Beneta Balenciaga Chloé Alexander McQueen Montblanc Brioni Dunhill Boucheron Pomelato Alaya McQueen und Puma zusätzlich wird jetzt auch im nächsten halben Jahr 2022 Maui Chim zusätzlich integriert hier konnte ich beim Umsatz zumindest für 2022 eben das erste Halbjahr etwas ausfinden heißt da wurde nämlich geschrieben Revenue of Caring Eyewear Incorporate Segment in the first half of 2022 amounted to 591 Million das heißt ja so knappe 600 Millionen Euro Umsatz rechnen wir es einfach mal hoch auf ein Jahr sind wir bei 1,2 Millionen Euro Umsatz bezogen zum Gesamt Umsatz Anteil sind wir bei 4 bis 5 Prozent vielleicht das war es mal so zu Geschäftsmodell wir schauen uns jetzt mal die Zahlen an nämlich die Kennzahlen der Umsatz hier wie gesagt in 2021 17,6 Milliarden Euro TTM das heißt Trading 12 Month die letzten 4 Quartale sind wir bei 19,53 Milliarden Euro Market Cap beim aktuellen Kurs 70,35 Milliarden wir haben Earnings Per Share TTM 29,53 dadurch ergibt sich ein aktuelles KGV von 18,9 im Kursumsatzverhältnis von 3,58 eine Profit Margin von 18,87 Prozent und eine Dividendenrendite wenn ich sie heute kaufen würde die Aktie von 2,15 Prozent jetzt fahren wir uns mal die Umsatzentwicklung entsprechend auch dazu an die habe ich jetzt hier mal seit 2012 mitgenommen dadurch dadurch dass ja da vorher auch mal die ganzen Handelsketten verkauft worden sind etc habe ich jetzt den ja den Grafen nicht so weit in die Vergangenheit gemacht sondern ab 2012 und hier hatte man eben 2012 noch 9,7 Milliarden Euro Umsatz und 2021 ja gute 17,6 Milliarden Euro Umsatz ist ich denke ab nächstem Jahr bei 10 Jahren sind kann es gut sein dass man sich dann verdoppelt hat über diesen Zeitraum ansonsten hatte man ja im Schnitt über den Zeitraum 6,83 Prozent jährlich gewachsen und bezogen auf die letzten fünf Jahre 7,34 Prozent Wachstum man sieht ja auch im Corona Jahr ist es leicht eingebrochen dadurch dass von der Einzelhandel halt auch ja natürlich nicht so einfach zugänglich war der Tourismus hat drunter gelitten und viele Leute kaufen ja auch gerade ein wenn sie reisen beispielsweise ein Asiade der nach Europa kommt geht dann gerne auch wenn er in Paris ist vielleicht mal in den Gucci Store in den Louis Vuitton Store vom Wettbewerber etc. kauft sich da etwas und hat dann eine extrem lange Erinnerungsdividende auch daran nämlich erinnert sich daran na schön im Urlaub in Europa in Frankreich habe ich mir eine Louis Vuitton Handtasche gekauft und sowas ist halt auch nicht passiert 2020 ist nämlich auch ein echtes Beispiel von meinem Auslandssemester damals in Asien hat es nämlich auch eine Dozentin mal erzählt die ganz stolz auf ihre Louis Vuitton Handtasche war diese mal bei ihrer Europa Reise gekauft hat ein kleiner Exkurs dann schauen wir uns mal die Peer Group an natürlich Luxusmarkt ist stark fragmentiert es gibt hier sehr viele Player und noch mehr Marken und ja vor allem aus dem europäischen Raum entstanden halt extrem viele Kleidungsmarken vor allem halt eben aus Frankreich und Italien der größte Wettbewerber würde ich sagen ist LVMH auch was marktkapitalisierungs mäßig das Ganze betrifft und dann gibt es aber auch noch andere wie Richemont wo auch viele Luxusmarkentunnel laufen Burberry Hermes und Prada aber natürlich auch noch viele andere und ich habe jetzt hier mal die ganzen Aktienkurse gegenübergestellt hier Carrying in Schwarz und man sieht hier eine Korrelation mit Hermes und auch mit LVMH vor allem auch was auffällt LVMH in Blau und Hermes in Grün eine extreme Korrelation also der der Aktienkurs läuft ja fast identisch über die Jahre mit leichten ja mit leichten mal über oder unter Schreitungen aber auch eben Carrying läuft sehr ja mit einer sehr hohen Korrelation gegenüber diesen beiden Wettbewerbern deswegen habe ich mich jetzt auch im nächsten Vergleich hier nur auf die Unternehmen LVMH und Hermes mit eben ja beschränkt und die anderen Marken welche lang nicht so eine gute Rendite gemacht haben habe ich hier mal lieber weggelassen dann sind wir hier nämlich bei Carrying LVMH und Hermes alles französische Unternehmen ich habe hier die I-SIN auch mal aufgeschrieben marktkapitalisierungsmäßig ist LVMH weit vorne mit 352 Milliarden Euro Hermes zweiter Platz mit 147 und Carrying mit 70 was den Umsatz angeht ist LVMH mit 64 Milliarden ganz vorne Carrying mit 17 0,6 der zweite Platz und Hermes mit 8,9 der nächste Platz hier fällt schon auf Carrying deutlich höhere Market Cap aber deutlich geringeren Umsatz als Carrying heißt die Bewertung die wir uns gleich anschauen ist bei Hermes mit Sicherheit sehr hoch auch was den Umsatz antrifft TTM also Trading 12 Month konnte jedes Unternehmen wachsen immer noch dieselbe Rangfolge LVMH auf Platz 1 aktuelles KGV ist Carrying am schönsten bewertet also am niedrigsten mit 18,9 dann LVMH mit 26,49 und Hermes mit 50,73 bei LVMH denke ich mal zahlt man einen kleinen Aufschlag dadurch dass das Unternehmen sehr sehr gut diversifiziert ist kein großes Klumpenrisiko wie jetzt eine Gucci hat mit über 50% und nicht nur ein modeaktives sondern beispielsweise auch im Bereich Hotel Alkohol etc das heißt eine deutlich größere Diversifizierung und eine deutlich höhere Market Cap Hermes mit 50er KGV lässt sich darauf zurückführen dadurch dass kaum Aktien im Free Flow sind das heißt ja da eigentlich gehört das Unternehmen immer noch zum Großteil dem Gründer oder einem Aktionär und entsprechend ist das Angebot der Aktien sehr beschränkt und dadurch auch entsprechend sehr hohes KGV die aktuelle Dividendenrendite bei Carrying mit 2,1% LVMH 1,7 und Hermes 0,6 die Ausschüttungsquote zum Free Cashflow ist bei Hermes am niedrigsten mit 26% und die Ausschüttungsquote zum Gewinn ebenfalls am niedrigsten mit 29% Carrying und LVMH Ausschüttungsquote zum Free Cashflow in etwa gleich bei ca. 40% oder 38% Das war es mal so zur Peer Group jetzt schauen wir uns nochmal an wie ich das Unternehmen finde hab hier im Vorfeld mal kurz ja meine Meinung gleich aufgelistet aber hier auch nochmal ein Screenshot eben aus dem Bericht mit ein paar Highlights was ich sehr gut fand das hat jetzt der François Eripino zu einem Halbjahresergebnis gesagt nämlich Sprich in der ersten Jahreshälfte 2022 konnte man sehr gute Umsätze machen das heißt Inflation kein Problem man konnte die Preise weitergeben man hat eine solid Performance in retail around the world more than offset the impact of COVID-related measures in China in second quarter heißt auch man hatte solide Performance konnte auch den Impact von COVID in China auch abfangen we intensify our engagement with local customers across all markets and we are also leveraging the nascent rebound in tourism in Europe auch hier der Tourismus der in Europa wieder von starten geht wird genutzt was ich vorhin mal kurz angesprochen hatte Tourismus auch für ja den Luxuseinzelhandel sehr wichtig each of our houses contributed to the strong double digit increasing group operating income das heißt jede Marke konnte zweistellig wachsen prozentual leading to expanded margin auch die Marge konnte erhöht werden für caring als Ganzes in a period of heightened macro uncertainty caring is in a great shape to sermon short term challenges take advantage of new opportunities das heißt es gibt viele Ungewissheiten aber caring geht es sehr gut man ist sehr positiv gestimmt eben ja die Herausforderung anzunehmen und ist sich sicher auch Vorteile zu bekommen oder wahrzunehmen welche sich eventuell ergeben könnten new opportunities könnte ich mir vorstellen dass sie darauf vielleicht anspielen neue Marken zu kaufen die vielleicht ja im Zuge des schwachen Aktienmarktes der schwachen wirtschaftlichen Lage dann vielleicht auch günstig erworben werden können könnte ich mir zumindest vorstellen deswegen das stimmt mich sehr gut eben dieses Zitat auch von dem CEO aber nichtsdestotrotz noch ein paar eigene Punkte von mir ich denke der Luxusmarkt ist sehr krisenresistent der Kundenkreis hat in der Regel viel Geld von daher ist es eigentlich ein sehr gutes Investment in diesen Markt rein zu investieren egal welche Firma aber bezogen auf Caring komme ich gleich dazu der Luxusmarkt an sich hat auch weiterhin gutes Wachstum man erwartet hier 2025 mit einem der 360 bis 380 Milliarden Euro eben dass der Markt wert ist und heute sind wir noch unter 300 Milliarden ich glaube 280 waren es ungefähr das heißt auch noch gutes Wachstum voraus die Inflation betrifft dieses Segment nicht so stark wie andere Thema Preiselastidität ist hier nämlich niedriger eine Preiselastidität ist die Auswirkung eines Preisanstiegs auf auf Nachfrage Luxus eher umgekehrt je höher das Produkt ist desto begehrter ist es teilweise trotz allem ist man hier von wenigen Marken abhängig bei Caring haben wir ja vorhin gesehen mit den drei Marken eben ja hauptsächlich Gucci mit 55% an Saint Laurent Bottega Veneta ist man schon sehr sehr weit 78% man hat globale Umsätze ist da ja auch von China Lockdowns und dortigen Gesetzen betroffen ja globale Umsätze ist natürlich positiv China hat man ein gewisses Risiko mit drin dann ist die Bewertung aus meiner Sicht aktuell fair vor allem zum ja verglichen zum aktuellen Wettbewerb auch haben wir ja gesehen bei der Gegenüberstellung man hat hier Potenzial im E-Commerce da die Caring Group aktuell nur 15% Umsatz dort macht allerdings kann ich auch das Wort E-Commerce im Luxussegment sehr schwer einordnen nur da gerade im E-Commerce natürlich das Erleben dieses Kaufprozesses wichtig ist wenn man in so Louis Vuitton oder Gucci Store reingeht dann bekommt man ein Champagner vielleicht könnte ich mir vorstellen wird beraten lässt sich das noch personalisieren das ist ein ganzer ganzer Prozess man kauft ja was im Wert von einem Kleinwagen im Endeffekt und ich denke die Leute gehen lieber einkaufen man sieht ja auch die Umsätze Direct Store wie wichtig die sind für die einzelnen Marken und ich glaube die wenigsten kaufen jetzt sowas online einfach ja weil man das Erlebnis mitnehmen möchte Erinnerung mitnehmen möchte allerdings kann es natürlich sein dass mit den vielen Neureichen auch und jungen Leuten die digitaler aufwachsen das sich auch ändert kann ich leider nicht einschätzen in westlichen Ländern sind wir bei 23 bis 25 Prozent was eben der Umsatz im E-Commerce bereits anmacht auf Gruppe Ebene aber nur 15 Prozent ja das war's soweit zur Analyse lasst gerne Feedback da habt ihr vielleicht Caring im Depot lasst es mich wissen wie seht ihr das Ganze mit LVMH eben würdet ihr lieber dort investieren ich bin bisher in keinem von beiden Unternehmen investiert finde Caring aber sehr attraktiv eben auch bewertungsmäßig und denke auch mit einer starken Marke wie Gucci kann man das Risiko auch eingehen solange sie weiterhin vielleicht auch diversifizieren mit neuen Zukäufen könnte mir auch vorstellen um das Risiko rauszunehmen von Caring dass man sagt von der Investment Summe die ich nehme gebe ich eben zwei Trillienden LVMH ein Trillienden Caring oder nehme noch eine dritte Luxusmarke dazu eben durch die Gebühren heutzutage wäre das ja auch kein Problem und kann da einfach nochmal auch mit beiden Unternehmen vielleicht diversifizieren um vom Thema Luxus entsprechend zu profitieren die nächsten Jahre ich würde mich freuen über Feedback lasst gerne ein Abo da darüber freue ich mich natürlich am meisten teilt das Video gerne und dann freue ich mich euch wieder beim nächsten Video ein neues Unternehmen vorzustellen kommentiert gerne wenn ihr euch mal ein Unternehmen wünschen würdet und bis dahin genießt euren Sonntag bis dann und bis dann